Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen Pokémon Challenge Runs und zwar dieses Mal zu einem großen Special, denn es geht heute um Pokémon Kristall, aber ich kann die Teams meiner Gegner stehlen und das ist schon eine sehr besondere Mechanik. Stell ich vor, es gäbe einen Pokémon Kristall Hack, der dafür sorgt, dass man jedes Mal, wenn man einen Trainer besiegt, sein Team bekommt und die eigenen Pokémon, die man vorher hatte, einfach so verliert. Und ja Leute, so ein Hack existiert wirklich. Jetzt gibt es nur einen kleinen Haken. Man könnte natürlich das Team, das man geklaut hat, modifizieren und damit dann anzutreten gegen den nächsten Trainer. Man könnte beispielsweise in der Wiese trainieren gehen, man könnte TM's lernen oder beispielsweise weitere Pokémon einfangen, um das eigene Team zu verbessern für den nächsten Fight. Doch was wäre nun, wenn all das verboten ist? Was wäre, wenn man das Team, das man geklaut hat, nicht mehr modifizieren kann und sofort zum nächsten Trainer gehen muss, um da irgendwie klar zu kommen? Dann wird tatsächlich die gesamte Joto-Region und auch später die Kanto-Region, die man halt im Postgenau machen kann, zu einem gigantischen Rätsel. Und es wird sehr, sehr anspruchsvoll. So viel kann ich versprechen, der Run hier ist mega interessant gewesen. Vielleicht einer der coolsten Runs der zweiten Generation, die ich jemals gemacht habe. Der Hack an sich wurde zwar schon mal vorgestellt von einem englischen YouTuber namens Smalland, allerdings durfte der Items verwenden etc. Und auch soweit ich weiß ein Team modifizieren. Wir werden es heute allerdings noch ein bisschen härter halten und ich glaube, dass sowas noch nie gemacht wurde. Das einzige, was ich mir tatsächlich erlauben werde, ist halt den Starter zu wählen, also eingeschränktes Pokémon ist nicht vermeidbar und ich darf vor allem Sklaven fangen. Das ist nun mal ganz wichtig, ansonsten könnte man in Softlocks geraten und auch wenn es ein Kristall vielleicht noch ganz in Ordnung wäre, also dort könnte man sich vielleicht noch irgendwie immer rauswinden, will ich sowas auch mal machen in anderen Generationen und ich würde gerne das Ruleset konstant halten. Ich kann also theoretisch mit jedem Gegner zu jedem anderen gehen, sollte der nicht von anderen Trainern versperrt sein. Das ist so ein bisschen das Grundkonzept und wie das ganze gelaufen ist, werde ich euch heute erzählen. Aber gut, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem heutigen Run, aber ich kann schon mal eine Sache versprechen, hier fließt eine ganze Menge Taktik mit rein. Der Run hier ist erstaunlich komplex. Und die komplexen Strategien gehen tatsächlich schon direkt los bei der Starterwahl. Ich meine, je nachdem welchen Starter man pickt, hat der Rivale ja auch einen anderen Starter und wenn man später sein Team übernehmen möchte an gewissen Punkten in der Story, dann ist es sinnvoll, wenn er einen guten Starter hat. Und ich habe ihm hier tatsächlich einen Vollriegel gegeben, damit er später in der Siegestraße ein starkes Turnupto haben wird, was zwei Pokémon von Willi, dem ersten Top 4 Mitglied, sehr effektiv angreifen kann. Das war zumindest der Plan, aber ob sich das Ganze dann ausgezahlt hat, das werden wir später sehen. Und benannt habe ich meine Indivir, dieses Mal Sarah und ihr wisst Bescheid, Freunde, wenn ihr auch mal wollt, dass ich halt ein Pokémon nach euch benenne, dann schreibt das sehr gerne unter den obersten angepinnten Kommentar, weil das finde ich immer sehr cool. Aber ich denke, ihr wisst Bescheid, Freunde, ich werde dieses Indivir natürlich nicht lange spielen können, weil es geht jetzt sofort weiter mit dem ersten Rivalenkampf und er hat jetzt einen Vollriegel auf Level 5. Und wenn ich das besiegen sollte, verliere ich meine Indivir und muss mit Vollriegel weitermachen. Und ja, dieser Kampf hier ist durchaus gewinnbar, er ist aber reines RNG. Je nachdem, wie die Gene vom eigenen Pokémon aussehen, also vom eigenen Starter, kann der Kampf leichter oder schwieriger werden. In meinem Fall war es sehr, sehr knapp, ich habe aber gewonnen und musste dann weitermachen mit dem Vollriegel. Und ich kann schon mal eine Sache an der Stelle konfirmen, sowohl die DVs als auch die EVs der Gegner werden 1 zu 1 übernommen, sollte ich ein gegnerisches Team besiegen. Also ich bekomme wirklich exakt die Pokémon, gegen die ich gekämpft habe und ich habe sogar der Ehre getragenen Items im Zweifel. Andere getragene Items darf ich aber an meine Pokémon natürlich nicht ausrüsten, weil das eine Modifizierung wäre von den geklauten Pokémon und das ist ja strikt verboten. Nun kommen wir aber auch schon zu einem der großen Probleme bei diesem Run hier und das ist das Early Game. Ich meine, es gibt jetzt zunächst mal einen Pflichtkampf gegen einen Trainer mit einem Topsy und einem Radfratz und den muss man sowieso machen. Danach kann man aber theoretisch ein Aufbrechen ohne weitere Kämpfe zu der Arena von Falk. Der hat allerdings direkt zu Beginn der Arena einen Trainer postiert mit einem Habitag auf Level 9 und dieses Habitag waschen häufig Probleme bei meinen Runs in Pazifismusrouten, aber es ist auch heute wieder sehr problematisch, denn die ganzen Route 1 Trainer Teams haben dagegen überhaupt gar keine Chance. Wenn ein komplett überleveltes Habitag hier die ganze Zeit Schnabel spammt mit Step, kann ich dagegen nichts ausrichten, selbst wenn ich ständig critten würde und ich wusste, ich brauche eine deutlich bessere Lösung, wenn ich den Run irgendwie weiterfüllen möchte. Es gibt aber natürlich noch eine Sache, die diesen Run hier retten kann und das ist der Knufensa-Turm. Das ist aber keine angenehme Lösung. Der erste Trainer dort ist leicht zu besiegen, der hat nämlich drei Knufensas auf Level 3. Der zweite Trainer allerdings hat ebenfalls drei Knufensas. Und dann muss man mit Knufensas Knufensas besiegen und das immer wieder in diesem Turm, um von Trainer zu Trainer zu kommen. Knufensas resistieren Pflanzenattacken vierfach und Knufensas können nur Pflanzenattacken. Man macht sich gegenseitig also praktisch gar keinen Schaden und es ist die reinste Folter. Es ist aber möglich, nach ewig langem Struggle die Spitze des Turms zu erreichen und gegen den Boss vom Turm anzutreten. Und vorher kann man sogar gegen einen Mönch kämpfen, der noch einen Hut-Hut besitzt. Also man ist nicht nur auf Knufensas angewiesen, wenn man dann gegen den Boss antritt. Ich würde euch bei diesem Kampf hier folgendes empfehlen. Der Gegner leadet hier mit einem Knufenser auf Level 7 mit 10 AP auf seiner Pflanzenattacke. Und die würde ich eiskalt über Hut-Hut ausstollen. Und wenn das mal gemacht ist, dann hat dieses Knufenser nur noch Wachstum und verschwendet nur noch Runden, wird aber trotzdem nicht auswechseln. Und wenn die AP leer sind, kann man selber seinen Knufenser einwechseln, 6 mal Wachstums-Setupen, auf Plus-Dex gehen und dann kann man mit den 10 AP auf der eigenen Pflanzenattacke diesen Kampf hier für sich entscheiden. Und man kann ja auch vorher schon, dass Knufenser vom Gegner ein bisschen vorschwächen über das Hut-Hut, das ist ja kein Problem. Generell war aber auch Wachstum bei dem ganzen Turm hier ziemlich entscheidend. Ich meine, die KI geht da nicht immer drauf, aber man selber kann das schon abusen. Und so kann man sich hier einige Mirror-Matches zwischen Knufensas etwas leichter machen. Das sollte man durchaus für sich nutzen. Wie auch immer, nach einer Ewigkeit hatte ich dann das Team von dem Anführer vom Knufensaturm und konnte damit zurückkehren in Falks Arena. Und Gott sei Dank ist es möglich, mit einem Hut-Hut auf Level 10 und zwei Knufensas das Habitac auf Level 9 zu schlagen. Wäre das nicht möglich gewesen, wäre der Run hier an der Stelle sofort gescheitert. Das muss man leider echt so sagen. Weil kein einziger Trainer auf den Anfangshuten oder auch im Knufensaturm hätte das Habitac hier besiegen können, auch nur ansatzweise konstant. Aber der Anführer vom Knufensaturm war Gott sei Dank gerade so stark genug. Und ich meine, auch dieser Kampf hier sieht noch erschreckend knapp aus, weil die Knufensas können natürlich nicht so viel gegen Habitac machen. Der Löwenanteil muss von Hut-Hut ausgehen. Ich konnte jetzt aber zumindest weiterspielen. Wer jetzt aber denken sollte, dass ich mit dem Habitac einfach so zu Falk gehen kann, der hat sich leider geschnitten. Weil es gibt vor Falk noch einen Weiterempflichttrainer mit zwei Taubsis auf Level 7. Und mit diesem Team muss ich jetzt Falk besiegen. Und er hat einen Taubsi und einen Tauboger. Das ist ziemlich unfair. Dieser gesamte Fight hier ist Gott sei Dank gewinnbar, weil die eigenen Taubsis Sandwirbel beherrschen, was die Genauigkeit der Gegner senken kann. Dass man damit allerdings gewinnt, ist jetzt nicht gerade wahrscheinlich. Es ist unglaublich bitter, dieser Kampf. Und ich musste etliche Versuche grinden, bis Sandwirbel mal genug gemattert hat, damit ich mit zwei Taubsis, ein Taubsi und ein Tauboger besiegen konnte, was sogar überlevelt ist. Es ist aber zumindest schaffbar. Und damit kann man das Early Game in dieser Talent durchspielen, ohne Items zu verwenden. Es war aber mit Abstand das schlimmste Generation 2 Early Game, was ich jemals erlebt habe. Durchaus eine große Herausforderung, aber zumindest ist es schaffbar. Und ja, auch Tauboger kann man dann irgendwann mal stoppen. Und man muss fairerweise dazu sagen, man kann sich ja auch ein paar Hits erlauben. Also das Tauboger ist nicht komplett übertrieben und wird einen Grund- und Bodenbohren schotten. Und man hat ja auch zwei Taubsis, von denen man zerren kann. Eines muss nicht alles alleine machen, weil dann wäre der Kampf hier vermutlich so gut wie unmöglich. Leider ist das anstrengende Early Game aber noch nicht so ganz vorbei, weil jetzt geht's weiter mit der Rocket-Neben-Story in Azalea City und dem Phlegmon-Brunnen. Das sind die nächsten Pflichtkämpfe in Crystal und die sind wirklich anstrengend. Hier von Team zu Team zu gehen, ist auch wieder eine reine Qual. Man kämpft mit unglaublich schwachen Pokémon wie Radfratz oder Zubart gegen andere Zubarts und Smorgons und was es da noch so gibt. Das sind grausame Matchups, man macht unglaublich wenig Schaden und die Kämpfe ziehen sich eine ganze Weile. Es ist aber möglich hier, ohne weitere Trainer hinzuzuziehen, von Trainer zu Trainer zu gehen und die Kämpfe zu gewinnen. Das ist auch gar nicht so unkonstant, es kostet nur relativ viel Zeit. Und dann ist man irgendwann fertig mit dem Brunnen und besitzt dann einen Smorgon auf Level 14. Leider ist aber ein Smorgon auf Level 14 jetzt nicht wirklich stark und es ist bitter, weil ich könnte jetzt eigentlich schon meinen Rivalen rausfordern, aber so habe ich natürlich keine Chance. Ich bin also erstmal in die Arena gegangen von Kai und habe dort gegen die Pflichttrainer gekämpft, die haben aber auch furchtbare Teams. Das Gute ist aber, es gibt ja einen optionalen Trainer mit einem Hornliu, einem Kokuna und einem Bibor. Der ist jetzt auch nicht gerade stark und damit kann man weder den Rivalen besiegen, noch Kai, auch nur ansatzweise konstant. Es ist aber zumindest ein Upgrade und damit kann ich dann theoretisch gegen recht gute optionale Trainer auf den vorherigen Routen antreten. Das war der Plan. Und das hat relativ gut funktioniert. Ich habe mit dem Paras tatsächlich das gesamte Team von dem Bibor Trainer besiegen können, auch wenn es eine Weile gedauert hat. Und da konnte ich mir den Bibor noch outsuchen gegen Kai oder gegen den Rivalen und ich wusste, wenn ich einen von beiden besiegen kann, kann ich mit dem Team dann den jeweils anderen besiegen. Also Bossgegner direkt gegen sich auszuspielen, wird generell ein wichtiges Motiv sein bei diesem Run hier, das ist noch einige Male entscheidend. Und nachdem ich mir dann die umliegenden Routen angeschaut hatte, ist mir eine Sache aufgefallen. Es gibt einen Wanderer mit einem Kleinstein und einem Macholo. Und dieser Trainer hier ist absolut Gold wert, weil das Kleinstein hat die Attacke Steinwurf. Und das ist ein Gesteinsangriff, der alle Pokémon von Kai sehr effektiv angreifen könnte in der Arena und sein Sichlor, also das gefährlichste Pokémon, sogar vierfach effektiv. Das Bittere ist jetzt nur, ich muss gegen den Heiker auch noch gewinnen und das ist nicht so einfach. Man kann ihn ja stellenweise vergiften über Hornly Yu, damit Kokuna so ein bisschen gegenstallen und dann auch irgendwie über das Bibor den Rest machen. Das kann funktionieren, aber natürlich bei weitem nicht immer. Und wenn dieser Wanderer hier ein paar Mal quitten sollte, dann hat er sowieso verloren. Und wenn er beispielsweise nicht vergiftet wird, dann natürlich auch. Das Gute ist aber, die Gesteinsattacken von Kleinstein können ab und zu auch missen und Macholo ist für Bibor zum Beispiel keine so große Gefahr. Ich meine, Kampfattacken könnte ich zum Beispiel resistieren. Das Ganze hier ist gewinnbar und mit dem Team bin ich dann aufgebrochen zu Kai. Und eigentlich ist Kai ja kein mega starker Arena-Leiter. Ich meine, der hat einen Safcon, einen Kokuna und einen Sichlor. Das ist jetzt nicht unbedingt das beste Team. Die größte Gefahr geht also mit Abstand von Sichlor aus, was mit Zornklinge extrem mächtig angreifen kann Overtime. Aber wie gesagt, mein Kleinstein war dagegen gewappnet. Sein Safcon konnte praktisch überhaupt gar nichts tun. Ich meine, das hat Tackle und Härtner und das war es praktisch. Das kann mich nicht mal vergiften. Sein Sichlor hat die fette Mafia-Schwäche und würde mich nicht alleine down bekommen, sollte ich meinen Steinwurf regelmäßig treffen. Und sein Kokuna kann mich dann später auch nicht mehr stoppen. Das kann mich vielleicht noch vergiften, aber ich habe ja auch noch Macholo, was ein bisschen mithelfen könnte. Das war ja aber nicht mal notwendig. Ich konnte also auch den zweiten Orden mitnehmen und ich wollte jetzt mit dem Team von Kai gegen meinen Rivalen kämpfen. Und man muss halt echt sagen, eigentlich habe ich hier ein schlechtes Matchup. Ich meine, der hat den Feuerstater und der hat einige Pokémon, die Käferattacken resistieren. Aber die Zornklinge ist einfach unglaublich praktisch. Ich meine, wenn man die Attacke mehrfach einsetzen sollte, dann kann die eine Basisstärke von 160 erreichen. Und da kommt noch der Step dazu. Das Würde ist nur, die Attacke startet mit einer Basisstärke von 10. Und deswegen ist die Attacke normalerweise dermaßen schlecht, dass ich sie nicht mal verboten habe in meinen Challenge Runs. Ähnlich wie andere stackbare Attacken wie Walzer, die auch immer stärker werden. Weil die sind ziemlich broken, während man Zornklinge nur sehr, sehr selten benutzt. Hier allerdings ist die Attacke Gold wert. Ich kann hier gegen Nebulak manchmal eine Chain rausbekommen, wenn ich nicht paralysiert werde oder eingeschläfert werde oder beispielsweise auch misse. Und dann bin ich so stark früher oder später, dass auch Iglava kein riesengroßes Problem mehr ist. Klar, das Ding kann mich angreifen über Rauchwolke und damit meine Chain zerstören oder mich sehr effektiv attackieren. Das wird mich aber nicht one-shotten. Und wenn ich dann irgendwann bei seinem Zubat ankomme, ist der Kampf eigentlich gewonnen. Eine weitere Zornklinge werde ich praktisch garantiert treffen. Und selbst wenn die Chain dann noch abbrechen sollte, habe ich ja auch noch Quick Attack. Also ich kann auch anderweitig attackieren, wenn ich das möchte. Würde halt nur weniger Schaden machen. Ich konnte also auch gegen meinen Rivalen gewinnen und damit Azalea City durchspielen. Ab dem Zeitpunkt, wo man Azalea City aber abgeschlossen hat, wird das Spiel hier wesentlich komplexer. Denn man kann jetzt nicht einfach so mit dem Rivalenteam gegen Bianca antreten. Es gibt leider in der Arena von Bianca eine andere Pflichttrainerin und die hat einen Snowbull auf Level 18. Was für den Kampf gegen Bianca absolut nutzlos sein wird, weil das Ding hat nur Biss ohne Step. Und es ist wirklich kein gutes Pokémon, bis es ja hier sogar speziell, das ist gar nicht gut. Klar man kann damit gegen Bianca antreten, aber was soll da großartig passieren? Sie hat halt nicht nur ihr Pipi, sie hat auch ihr legendäres Mildtank, was ganze Teams im Alleingang zerreißen kann. Ich meine natürlich ist es manchmal möglich, das Pipi von Bianca zu besiegen, wenn man einfach sehr großes Glück hat. Theoretisch könnte hier Pipi sehr schlechte Duplex Seap Chains bekommen oder im Metronom nur Attacken auswählen, die komplett nutzlos sind. Aber selbst wenn man Pipi mit vollem KP schlagen würde, hat man keine Chance gegen Mildtank. Das Ding hat Stampfer, neutral, Mid-Step, was mich sogar flinchen lassen kann, das Mildtank hat Walzer Chains, die praktisch jedes Pokémon besiegen könnten, das existiert und Mildtank kann sich gegenheilen über Milchgetränk. Dass ich damit Snowbull Level 18 nicht gewinnen kann, das ist vermutlich klar. Es wird aber noch komplizierter. Im Untergrund von Ducatia City gibt es Trainer und während der Rocket Story nach dem siebten Orden später im Spiel, muss ich die besiegen, um zum Rivalen zu kommen, während der Rocket Story vom Pokémon Kristall. Und diese Trainer trennen später den Smogon Trainer in der Rocket Story, der sechs Pokémon besitzt, also so eine Art Miniboss, vom Rivalenkampf. Wenn ich also später mit dem starken Smogon Team gegen den Rivalen antreten möchte, muss ich die Trainer im Untergrund jetzt vorziehen, damit sie später kein Problem mehr sind. Und das muss sich jetzt auch noch irgendwie bewerkstelligen. Ihr seht hier einige Trainer, die ich auserkoren habe, um mal die wichtigen Pflichtkämpfe zu clearen, um mich vor Bianca zu stellen. Und ihr seht hier auch den Trainer, den ich auserkoren habe, um Bianca final zu schlagen. Und das ist jetzt nicht irgendein Trainer gewesen, es war der stärkste Trainer im gesamten Umkreis. Und zwar ein Raichu-Trainer beim Käfer-Turnier. Es ist möglich, einen Trainer zu finden mit einem Raichu auf Level 14, das sogar Donnerblitz beherrscht. Und ihr glaubt nicht, wie dankbar ich war für dieses Pokémon. Denn Donnerblitz-Krits können wirklich wehtun, auch dem Miltank. Und tatsächlich kann die Raichu auch Paralysen verteilen, die natürlich extrem mettern könnten. Ich sage nicht, dass der Kampf damit gegen Miltank auch nur ansatzweise konstant ist. Ich habe weit über 100 Male verloren und diesen Kampf hier sogar im Livestream abgebrochen, weil er dermaßen anstrengend war. Wenn man aber wirklich viel Glück haben sollte, dann ist es möglich, mit diesem Raichu das Pipi und auch das Miltank zu besiegen. Und ganz ehrlich, ich glaube, wenn es diesen Raichu-Trainer hier nicht gegeben hätte, hätte ich mein Ruleset erweitern müssen, beziehungsweise ich hätte die eigenen Pokémon, die ich geklaut habe, modifizieren müssen. Ich denke nicht, dass irgendein anderer Trainer auf den gesamten umliegenden Routen auch nur ansatzweise eine Chance gehabt hätte, weil selbst dieser Raichu-Trainer hat es fast nicht geschafft. So konnte ich aber die Challenge hier am Leben halten, ohne das Ruleset zu lockern und ich habe den dritten Orden ganz knapp mitnehmen können und ich hatte ja wie gesagt auch die Trainer vorgezogen im Ducatia-Untergrund, was später noch sehr praktisch sein wird. Ausnahmsweise habe ich jetzt aber auch mal gute Nachrichten und zwar ist es möglich, mit dem Team von Bianca dann direkt zum Rivalen zu gehen, den Teak-City, denn es gibt auf dem Weg dahin keine Pflichtkämpfe und im Pokémon-Kristall ist der Rivalenkampf Pflicht. Und das ist ziemlich praktisch, weil Biancas Team ist ja nicht übel. Wenn ich hier mit Pipi und Miltank antreten kann, ist dieser Fight hier definitiv gewinnbar. Und ich bin sogar so weit gegangen, ohne Walzer anzutreten, also ohne die beste Attacke vom Miltank überhaupt zu benutzen. Bei Walzer habe ich bei den meisten meiner Runs verboten, da die Attacke komplett broken ist. Hier wird ja wie gesagt jede Runde stärker und damit kann man durchaus ganze Teams bieten, für die man eigentlich viel zu schwach wäre. Wenn ich also Walzer bei meinen Runs erlauben würde, wären die meisten meiner Challenge Runs um ein vielfaches simpler. Ich würde dementsprechend jedem empfehlen, die Challenge Runs macht, solche Attacken zu verbieten, weil die komplett absurd sind, einfach null gewillenzt. Ja, aber tatsächlich war Miltank dermaßen stark, dass ich Walzer gar nicht gebraucht habe. Den Rivalen konnte ich ziemlich gut besiegen und ich hatte endlich mal wieder ein großes Erfolgserlebnis. Zwei Bossgegner waren weg. Die Frage war jetzt nur, wie geht es weiter mit Jens, weil den kann ich nicht so einfach erreichen. Denn Jens Arena wird blockiert von insgesamt drei Pflichttrainern im Arena Gebäude, die allesamt Geister spannen. Das sind sehr, sehr unangenehme Gegner und ja, den ersten kann ich sofort besiegen mit dem Rivalenteam, aber dann habe ich selbst nur noch Geister und muss schauen, wie ich irgendwie weiterkomme. Und was man auch nicht ganz vergessen darf, ist folgendes. Es gibt noch deutlich mehr Pflichtkämpfe, die man vor Jens erreichen kann. Beispielsweise die Kimono Girls in Teak City, aber auch die Kämpfe im Leuchtturm von der Stadt von Jasmin. Denn um später Jasmin zu erreichen und um ihr Ampharos zu healen im Leuchtturm, muss man sich erstmal den Leuchtturm hochkämpfen. Und all diese Fights kann man vorziehen, um später Bosskämpfe aneinanderreihen zu können. Und das wollte ich jetzt erstmal so ein bisschen ermöglichen. Ihr seht hier die ausführliche Trainer Chain, mit welchem Trainer ich jeweils zum nächsten gegangen bin, um mich da irgendwie durchzuarbeiten. Es hat funktioniert und über die Kimono Girls kann man sich gezielt Pokémon holen, die einzelne Matchups sehr gut outen können. Und auch die Geistertrainer in der Arena habe ich so relativ gut bewältigen können. Die große Frage war halt nur, wie zur Hölle soll ich Jens besiegen? Ich meine ganz im Ernst Leute, wenn ich nämlich einen Trainer übernehmen sollte mit einem richtig guten Pokémon, wie beispielsweise das Nachtara von die Kimono Girls oder einen Panthimos Trainer links von Teak City, dann kann ich damit theoretisch die Pokémon von Jens sehr effektiv angreifen. Das spammt allerdings Fluch. Wenn ich also ein einmaliges Out haben sollte, kann ich damit unmöglich gewinnen. Es gibt jedoch eine kleine Hoffnung. Und zwar gibt es links von Teak City einen Dodo-Trainer, mit insgesamt drei Dodos auf Level 15, 16 und 17. Und dieser Trainer hier ist absolut Gold wert. Der ist besiegbar ohne Probleme über Nachtara, zumal die KI auch nicht allzu gut ist, also das kann schon funktionieren. Und mit diesen drei Dodos kann man dann gegen Jens antreten. Wie gesagt Freunde, es ist eine Geisterrena, ich kann die neutral angreifen über Flugattacken und mich selber immun gegen Geisterattacken. Und dadurch, dass ich mehrere Pokémon habe, kann ich nicht so leicht geoutet werden von simplen Fluchspannen. Jens hat also eine sehr anstrengende Zeit gegen mich. Es geht aber noch weiter. Die Geister-Pokémon von Jens haben sogar dermaßen wenig Outs gegen mich, dass ich sie komplett schießen kann. Ich meine die einzigen Attacken, die die Geister gegen mich nutzen können, sind wie gesagt Fluch, dann kann ich einfach so auswechseln, sowie Hypnose und Traumfresser, eine Psycho-Attacke mit sehr gutem Basisschaden. Wenn ich aber in Pokémon rein wechsle, was eingeschläfert werden kann, da kann ich es sofort rauswitchen, sobald es schläft, wenn er versucht Traumfresser einzusetzen. Und das neu eingewechselte Pokémon schläft er logischerweise noch nicht, von daher ist Traumfresser wirkungslos und ich bekomme eine gesamte Runde geschenkt und kann die BP des Gegners ausstollen. Und wenn der Gegner dann versuchen sollte, mein neues Pokémon auch einzuschläfern, kann ich einfach wieder zum Schlafenden wechseln und da wird mein schlafendes Pokémon von Hypnose getroffen und auch dieser AP verpufft. Und wenn man diesen Trick anwenden sollte, dann ist es möglich, über die drei Dodos Jens komplett auszustallen und zu besiegen. Es ist ein mega langer Fight und ich glaube, so gut wie kein anderer Trainer auf den gesamten umliegenden Routen hätte hier eine Chance gehabt. Aber diese drei Dodos hier waren absolut Gold wert und ich konnte damit jetzt auch den vierten Orden von Jens holen, den ich komplett zu Tode gechießt habe. Bisschen lächerlich, aber bei solchen Challenge Runs können solche witzigen Situationen recht häufig entstehen, weil eigentlich sollte so ein Dodotrainer hier natürlich bei so einer Arena keine Chance haben. Es gibt jedoch noch einen weiteren netten Grund, weshalb ich dermaßen viele Kämpfe vor Jens vorgezogen hatte und das ist tatsächlich Onis in Anemonia City. Der Kampf gegen Onis ist komplett optional. Ich wollte ihn aber in die Challenge hier einflechten, weil er ganz cool ist und halt wirklich reiner Fanservice. Und wenn wir schon Kristall spielen, kann ich den Kampf hier auch machen. Und wenn man die Kimono Girls vorziehen sollte, kann man sofort mit dem Team von Jens gegen Onis kämpfen, was noch coolerer Fanservice ist. Natürlich ist der Kampf hier aber nicht allzu schwierig, wenn man das Ganze so macht, weil das Gengar von Jens dermaßen OP ist, dass der Sieg hier kein Thema ist. Dadurch, dass ich aber Jens Team sowieso für keinen anderen Bosse wirklich verwerten kann, macht es denke ich Sinn, damit zumindest Onis zu schlagen, als kleines schönes Detail für dieses Video. Und mit dem Team von Onis ging es dann logischerweise weiter. Natürlich gibt es aber auch einige Probleme, die daraus resultieren und zu denen kommen wir jetzt. Die Kampftrainer in Hardwigs Arena gegeneinander auszuspielen und schon mal abzuhacken, das ist nicht allzu schwierig. Aber die Rocketrüpel am See des Zorns sind unglaublich anstrengend, weil mit dem Team von dem einen Rocketrüpel den nächsten zu besiegen, ist nicht immer so einfach, weil mit Radfratz, Zubat und Co. andere Radfratz, Zubat und Co. zu besiegen, ist nicht immer konstant und kann sehr, sehr lange dauern. Diese schwachen Gift-Pokémon, Radfratz und so weiter, sind einfach furchtbare Pokémon. Und wenn man beispielsweise im Eingangsbereich von dem Rocket versteckt, die Statuen deaktivieren möchte, die die ganze Zeit Rüpel spawnen, die man nur sehr schwer besiegen kann, muss man dafür einen Forscher besiegen, der einen Laptop hütet, bei dem man die Statuen deaktivieren kann. Dieser Forscher hat allerdings Magnetilos, die man fast nicht losbekommt. Es ist aber möglich, links von Mahagonia City einen Hiker zu besiegen mit einem Diktri und ja, damit kann man dann Gott sei Dank diese Magnetilos besiegen, die Statuen deaktivieren und weitermachen. Das ist aber nicht das einzige Problem am See des Zorns beziehungsweise bei der Rocket Story hier. Und zwar gehört es beispielsweise einige recht starke Rüpel, die Passwörter hüten. Und der letzte davon hat ein sehr gut geleveltes Radikal. Und das Beste, was man sich vor diesem Rüpel holen könnte, wäre vermutlich ein leicht schwächeres Radikal, also ein sehr, sehr unfaires Mirror Match, das kann nicht so wirklich funktionieren, zumal der mit dem stärkeren Radikal auch nur weitere Pokémon besitzt. Und ich habe dann die Trainer auf den umliegenden Routen abgeklappert und ich habe Gott sei Dank bei den Strudelinseln einen Schwimmer gefunden, der ein Sterndu und ein Stammy hatte. Und das Pokémon war dann stark genug, um den Radikaltrainer aufzuhalten. Gott sei Dank hat dieser Schwimmer existiert, weil ganz ehrlich Leute, mit den anderen Rüpeln hätte ich diesen Oberrüpel vermutlich nie besiegen können. Es wären grausame Matchups geworden und eine reine Qual. Aber mit dem Stammy ging es so halbwegs und ich habe den Fight für mich entschieden und damit auch die Rocket Story mehr oder weniger abgeschlossen. Weil viel mehr kam danach nicht. Die große Frage ist jetzt aber, ob mein Plan funktioniert, ob ich die drei Arenaleiter, Hartwig, Jasmin und Norbert, gegeneinander ausspielen kann und sofort nacheinander insgesamt drei Orden gewinne. Und ob das geklappt hat, das werde ich jetzt durchsprechen. Die große Frage war jetzt natürlich, mit welchem Trainer ich Hartwig besiege, also den ersten von den Arenaleitern, um diese Chain ins Rollen zu bringen. Und ja, die Antwort ist relativ simpel. Mit dem Team vom letzten Rüpel aus dem Rocket Top-Quartier in Mahagonia City, weil das Team ist gar nicht mal so übel. Denn man bekommt hier ein Duflor, ein Arbog und ein Kramurx und damit kann man durchaus gegen Hartwig gewinnen. Es ist kein einfacher Kampf, es ist aber zumindest machbar. Denn Duflor resistiert Kampfattacken, das ist prima, und es kann Schlaf-Budder spammen, während logischerweise Kramurx einfach so Schnabel spammt und das ist eine sehr effektive Flugattacke. Natürlich hält sich das Schaden extrem in Grenzen, aber auch gegen Quapo kann man so durchaus gewinnen. Und das Gute ist, Duflor kann sogar Surfer von Quapo resistieren, also es besitzt praktisch eine Doppelresistenz. Was hier aber mit Abstand am gefährlichsten ist, ist der Wuchtschlag von Quapo. Weil selbst wenn ich den mit einem Pokémon resistieren sollte, werde ich natürlich verwirrt und ich bin gezwungen, immer wieder auszuwechseln, wenn das Ganze halbwegs konstant vonstatten gehen sollte. Das Gute ist aber, Hartwig macht hier stellenweise ziemlich viele Misplays. Er kann nämlich beispielsweise Hypnose missen oder beispielsweise Willenslaser spammen, was nirgendwo hinführt, wenn er dann nicht Wuchtschlag drückt. Also man kann sich hier stellenweise ein bisschen Zeit erkaufen und es ist durchaus möglich, einen Orden zu gewinnen mit diesem simplen Rocket Team. Und damit haben wir jetzt den fünften Orden und ich kann jetzt versuchen, mit dem Team von Hartwig gegen Jasmin oder gegen Norbert zu gewinnen. Und das wollte ich jetzt als nächstes ausprobieren. Und die Frage, ob ich jetzt Jasmin oder Norbert als nächstes mache, ist halt gar nicht mal so eindeutig. Ich meine, ich kann Stahl-Pokémon und Eis-Pokémon mit den Kampfattacken von Hartwig sehr effektiv angreifen. Ich habe mich jedoch für Jasmin entschieden, weil ich mit ihren Magnetilus dann gegen Norbert antreten wollte, also mit guten Elektro-Angriffen, denn Norbert hat hier einige Wasser-Pokémon. Und ihr seht schon, das Ganze hat prima funktioniert. Razav hat hier ohne Probleme die Magnetilus besiegt von Jasmin und ist dann ein Stahl-Aus gestorben und Stahl-Aus konnte ich aufhalten mit Surfer-Spam von Quapo. Sehr effektive Wasserattacke, es ist sogar speziell, dagegen kann Stahl-Aus relativ wenig machen. Es hat zwar Sonnentag, um die Attacke abzuschwächen, aber der Schaden ist trotzdem enorm. Und auch wenn sich dieses Stahl-Aus hier noch einmal gegenheilen konnte, hat es einfach auch keine Aus gegen Quapo, rein offensiv. Ich meine, Stahl und Gestein kann nicht resistieren und vielmehr Coverage bietet dieses Stahl-Aus einfach nicht. Also der Feiltier war dann entschieden und ich konnte in kürzester Zeit zwei Orden mitnehmen, was schon mal ein sehr guter Start war in diesen ganzen Arena-Sweep. Und mit den beiden Magnetilus und dem Stahl-Aus im Gepäck bin ich dann aufgebrochen zu Norbert, um auch den siebten Orden mitzunehmen und hier kann ich jetzt auch mal wieder sehr effektiv angreifen und ich bin dann einfach sehr stark gelevelt, weil die Pokémon von Jasmin natürlich absolut up-to-date sind. Und mit den Donnerblitzen von den beiden Magnetilus konnte ich ohne Probleme das Urop und das Jugong von Norbert besiegen. Dagegen kann Norbert ehrlich gesagt überhaupt gar nichts tun und wenn er beispielsweise mit Eisattacken angreifen würde, würde das sogar von dem Magnetilus resistiert werden. Es sieht also verdammt gut für mich aus. Und wenn dann früher oder später das Kaifel eingewechselt wird, also das Ace-Pokémon von Norbert, dann kann das vielleicht die Magnetilus töten. Aber ich habe ja dann noch ein komplettes Stahl-Aus, was sogar über Iron Tail sehr effektiv angreifen kann. Und das besitzt selber nicht mal eine Eisschwäche. Ich habe also erneut hier ein sehr, sehr gutes Matchup, und der Arena-Sweep hat tatsächlich funktioniert. Dadurch, dass ich alle Kämpfe strategisch vorgezogen hatte, konnte ich drei Orden nacheinander abarbeiten und das war dann auch später mein Plan für Kanto, falls wir denn so weit kommen sollten. Weil auch die Orden kann man dann später relativ gut nacheinander abarbeiten. Aber ob das Ganze auch nur ansatzweise dann später funktionieren kann, dazu kommen wir nachher. Weil vorher kommen noch einige andere Schwierigkeiten, beispielsweise die gesamte Rocket Story jetzt noch in Ducatia City, weil die habe ich ja auch noch nicht hinter mir. Denn die wirft jetzt mal wieder ein großes Fragezeichen in den Raum und zwar, wie besiegt man eigentlich den Smogon-Trainer im Radioturm? Der hat fünf Smogons und ein Smog-Mog und die haben praktisch alle Finale oder Explosionen und sehr gute Gift-Coverage, die halt wirklich guten physischen Schaden macht. Das Gute ist aber, es gibt einen Rocket-Rübel, der ein Forscher ist im Radioturm mit drei Magnetilos. Und die resistieren einfach so Finale und Explosionen und die sind immun gegen Gift-Angriffe. Also das perfekte Out und die haben sogar Ultraschall für 20 Fick-Schaden die Runde. Und so kann man den Smogon-Trainer tatsächlich ziemlich konstant besiegen. Ich muss den Kampf also nicht mal einblenden, das war ein sofortiger First-Try. Und dadurch, dass ich ja zuvor den Untergrund von Ducatia City gecleart hatte, bevor ich Bianca gemacht habe, kann ich jetzt einfach so mit dem Smogon-Trainer-Team zum Rivalen laufen. Für einen der witzigsten Rivalen-Kämpfe, die ich persönlich je erlebt habe. Denn es ist schon ziemlich funny, mit fünf Smogons und einem Smog-Mock hier anzutreten, die sich praktisch alle in die Luft sprengen können. Egal was der Rivali hier gegen mich einsetzt, ich drücke auf Finale und die Pokémon sind einfach so One-Shot. Selbst der Magnetilo hatte hier nicht den Hauch einer Chance. Das einzig wirklich Nervige am Rivalen war tatsächlich sein Alpollo, weil das ist immun gegen Explosionen und es resistiert leider Gift-Angriffe. Und gegen andere Normal-Coverage von halt einfach den Smogons, ist das Ding immun. Das heißt, der Kill wird eine Weile dauern, er funktioniert aber trotzdem und dieses Alpollo kann mich alleine schlicht und ergreifend nicht aufhalten. Und wenn dieses Alpollo einmal gebrochen ist, kann ich halt sogar seinen Feuerstarter sprengen über mein Smog-Mock. Und das hat ja sogar Explosionen für lächerlich hohen Schaden. Das heißt, der Rivale war ziemlich einfach. Hätte ich aber die Trainer vor dem Rivalenkampf vergessen zuvor, wäre das ziemlich anstrengend geworden. Also man muss bei so einer Challenge hier schon sehr, sehr krass im Voraus denken. Das ist extrem von Vorteil. Und er hilft es selbstverständlich, auch die Pazifismus-Routen zu kennen, die ich ja für meine Videos regelmäßig verwende. Natürlich ist aber die Rocket-Story noch nicht ganz zu Ende, nachdem er in den Rivalen besiegt hat. Es kommen dann noch unfassbar viele weitere Pflichtkämpfe gegen Rocket-Rüpel, die man zwangsläufig absolvieren muss. Und das kann eine ganze Weile dauern. Ich kann an der Stelle konfirmen, es ist möglich, die Rüpel gegeneinander auszuspielen und die Kämpfe hier allesamt zu gewinnen. Es wird aber einfach eine ganze Menge Zeit fressen. Ich kann es nur immer wieder betonen, die Rocket-Rüpel sind dermaßen schwach, dass es nicht angenehm ist, hier diese Mirror-Matches zu spielen. Das Gute ist aber, zur Spitze des Radioturms hin, also zum Finale hin, werden die Teams besser von den Rüpeln und damit kann ich dann besser handhaben gegen die stärkeren Gegner. Man kommt also halbwegs klar, es ist nur ein bisschen nervig. Der Radioturm ist aber definitiv absolvierbar und man muss auch nicht wirklich weitere Kämpfe hinzuziehen von außerhalb. Das funktioniert eigentlich ganz okay. Doch gerade als ich dachte, dass es mal gut läuft, kam leider die 8. Arena und das ist jetzt die Drachen-Arena von Sandra. Und die ist einfach nur furchtbar für diese Challenge. Denn es gibt hier praktisch gar keine Auswahl. Es gibt einen Pflichttrainer mit einem Dragonier auf Level 36 und das Ding hat Twister und kann sogar die Dragoniers von Sandra outspeeden. Das ist mit Abstand das Beste, was ich hier bekommen werde. Und damit musste ich jetzt gegen Sandra antreten. Und das ist natürlich lächerlich unkonstant. Sie hat nicht nur 3 Dragoniers, die mich allesamt paralysieren können und dann sehr effektiv aus dem Leben nehmen können. Sie hat auch später noch ein Seedraking auf Level 40, was mich outspeedet und mit Range sogar One-Shotten kann und das Teil muss ich auch noch irgendwie stoppen. Das ist mit diesem einen Dragonier hier praktisch unmöglich. Doch ganz ehrlich Leute, ich habe gar keine anderen Optionen. Sandras Arena steht leider ziemlich alleine da. Die Eishöhle vor der Arena enthält keine Trainer, die wäre nämlich sehr interessant gewesen, wenn es dort Trainer gegeben hätte mit starken Eis-Pokémon und die Route vor der Eishöhle besitzt nur schwache Trainer, die mir nicht weiterhelfen. Und die Levelkurve wurde an dem Punkt komplett abgehangen. Und alles, was es sonst noch gäbe an starken Trainern, kommt erst, nachdem man Kaskade freigeschaltet hat, nach der 8. Arena. Ich musste mich ja also durchquälen mit diesem Dragonier und glaubt mir, das war noch anstrengender als der Kampf gegen Miyanka. Das ist die mit Abstand schwierigste Stelle bisher und ich würde sogar sagen, sie ist fast unmöglich. Sie ist aber Gott sei Dank nur fast unmöglich. Und ich konnte den Run weiterführen und tatsächlich auch den 8. Orden in meinem Ruleset mitnehmen, ohne das Dragonier in irgendeiner Weise zu modifizieren. Und das hat mich schon sehr, sehr gefreut. Bevor ich jetzt aber final bei der Liga antreten konnte, gab es noch ein weiteres großes Problem und zwar der Rivalenkampf in der Siegestraße. Klar, wenn ich mal dem sein Team haben sollte, kann ich halbwegs fair bei der Liga antreten und vielleicht Chancen erwarten. Aber wie soll ich den Rivalen stoppen? Direkt vor der Siegestraße steht eine Pflichttrainerin mit einem Galopper. Damit wird es schon mal nicht klappen. Das Gute ist aber, es gibt auf der umliegenden Route kurz vor der Siegestraße sehr, sehr viele optionale Trainer. Und einer davon hat einen Magneton mit Donnerblitz, sehr, sehr stark, sowie tatsächlich auch einen Morlord mit Erdbeben und ein Owai. Es sind natürlich nur 3 Pokémon und der Rivale wird 6 Stück haben, es ist aber vielversprechend und definitiv das Beste, was ich irgendwie aus den umliegenden Routen rausziehen konnte. Ihr seht hier die Trainerabfolge, wie ich das Ganze freigeschaltet hatte, dieses Team, weil einfach so mit dem Galopper reinzurennen, hat nicht so ganz funktioniert. Ich musste mir also noch anderweitig Unterstützung holen. Und zusammen mit Magneton, Morlord und Owai bin ich dann in die Siegestraße gelaufen, um den Rivalen herauszufordern. Und er hat jetzt wie gesagt 6 Pokémon und es wird kein so leichter Kampf werden, obwohl der Rivale in Kristall normalerweise gar keine so große Herausforderung darstellt. Und ich habe hier geliedet über Magneton und damit sofort einfach Sniebel rauszunehmen. Und dann ging es weiter mit Tonupto. Ich bin also rübergewechselt auf Morlord, um Tonupto sehr effektiv mit Erdbeben anzugreifen. Leider wurde ich aber vorgeschwächt und auch durch Rauchwolke getroffen und ich habe nicht mehr so konstant gehittet. Ich habe aber Tonupto dennoch besiegen können und das ist schon mal eine ganze Menge wert. Und als er dann Golbart eingewechselt hat, konnte ich wieder meinen Magneton rausholen. Und ja, das kann hier stellenweise verwirrt werden, es greift aber zumindest sehr effektiv an und hat nicht so viel von Golbart zu befürchten. Und wenn der Rivale dann seinen Magneton rausholt, kann ich das Ding einfach einschläfern über meinen Owai. Es hat nämlich sogar Schlafbruder und dann kann ich mit Morlord anfangen zu sweepen. Bei was zur Hölle soll der Rivale dann noch machen? Sein Magneton hat eine fette mal 4 Schwäche, sein Kadabra hält physisch überhaupt gar nichts aus und sein Apollo hat in dieser Generation noch nicht Schwebe also. Ich kann es durch Bodenattacken treffen und sogar sehr effektiv aus dem Leben nehmen. Das heißt, der Rivalenfight ist möglich durch diesen Routentrainer. Und ich kann jetzt antreten bei der Pokémon Liga mit tatsächlich einem vollen Team. Und das ist ja eigentlich schon mal eine ganz gute Aussicht. Man muss aber trotzdem dazu sagen, der erste Trainer von den Top 4 ist der gute Willi und der ist gar nicht mal so schwach. Es wird also kein geschenkter Kampf sein, aber die Matchups zwischen den Top 4 Mitgliedern, die sollten eigentlich halbwegs in Ordnung sein. Zumindest habe ich mir das so gedacht. Beim Kampf gegen Willi ist eine Sache mega entscheidend und zwar die Schonung von Magneton und Stranupto. Die beiden Pokémon sind einfach mega zentral. Ich meine, Magneton kann beide Xatus und auch Lamos sehr effektiv angreifen und das Pokémon resistiert sogar Psychoattacken. Es ist aber leider unterlevelt, es kann verwirrt werden und es hat nur Donnerschock, also keinen Donnerblitz und es tut schon ein bisschen weh. Und ich würde euch deswegen dazu raten, mit Magneton tatsächlich nur gegen die Xatus zu kämpfen und zu hoffen, dass halt die Verwirrung dort nicht mettert. Und ja, mit Stranupto kann man dann Kokowai und auch Rosana übernehmen. Ich würde jetzt aber nicht einfach so Stranupto sofort einwechseln, wenn Kokowai erscheint. Das wäre keine allzu gute Idee. Ich würde erstmal beispielsweise ins Nibel gehen, um so ein Kokowai vorzuschwächen und dann kann man es immer noch finischen über Donnerblitz. Und wenn Lamos irgendwann reinkommt, ist das alles auf einmal ein bisschen viel für Magneton. Man kann aber Magneton hier ein bisschen entlasten, indem man beispielsweise das Lamos vorschwächt über Golbat und ist dann verflucht über Apollo. Und dann kann man beispielsweise noch Kadabra opfern, um Lamos irgendwie loszuwerden, ohne dass Magneton Schaden bekommt. Und dann kann man das zweite Xatu mit halt einfach wieder den Magneton übernehmen, was noch gerade so irgendwie hinhaut und für Rossana haben dann noch Tunupto, was extrem wenig vorgeschwächt ist. Im Idealfall hat es sogar noch volle Leben, wenn man das so gemacht hat. Wenn man also Magneton und Tunupto möglichst gut schonen sollte, ist der Kampf hier durchaus gewinnbar. Es ist aber ein sehr taktisches Battle und es war einer der coolsten Kämpfe aus der Challenge, würde ich fast sagen. Ein Kampf auf Augenhöhe, bei dem ich viel taktieren musste. Danach kam aber der Kampf gegen Kuga und das ist das genaue Gegenteil. Ich meine, das ist der Gift-Trainer und ich habe jetzt ein Psycho-Team, bei dem fast jedes Pokémon Psychogenese beherrscht. Ich kann viel seiner Pokémon sehr effektiv angreifen und sogar vieles One-Shotten. Er hat nicht den Hauch einer Chance. Das war um ein vielfaches einfacher, als die meisten Bosskämpfe im gesamten Run, aber wie gesagt, Leute, die Top-4-Mitglieder haben stellenweise wirklich angenehme Matchups gegeneinander und es ist gut für mich bei diesem Challenge Run. Bei leichten Kämpfe nehme ich hier wirklich mit Kusshand. Wir hatten schon genug schwierige Stellen und es ist sehr angenehm, mal einen Bossgegner im First-Trial wegräumen zu können. Und auch sein Forstelka konnte hier überhaupt gar nichts tun, weil das ist offensiv einfach kein gefährliches Pokémon. Und Überraschung, der Kampf gegen Bruno, der ist jetzt auch nicht mega schwierig. Ich meine, das ist ein Kampftrainer und Kurga hat ein X-Bart. Das ist ein Gift-Flug-Pokémon, was Kampfattacken vierfach resistiert und mit Flugattacken sehr effektiv angreifen kann. Und jetzt werden einige Leute dafür habe ich Ariados mit Giga-Sauger, was vielfältig effektiv angreifen kann. Man muss dazu erwähnen, fairerweise, dass Machu-Mai von Bruno beherrscht Steinhagel und das kann sehr viel Schaden machen. Und da kann X-Bart theoretisch auch zugrunde gehen, wenn es beispielsweise weggecritet wird. Aber ich habe hier noch drei weitere Pokémon neben X-Bart und Ariados und dieser Fight hier sollte normalerweise nicht mal knapp sein. Also auch dieses Top-4-Mitglied konnte ich sehr leicht schlagen, aber Bruno ist ja bekannt dafür, jetzt nicht unbedingt der beste Trainer zu sein. Das Bittere ist jetzt nur, ich muss mit seinem Team weiterspielen. Aber wie sieht dann das nächste Matchup so aus? Der vierte Kampf findet jetzt gegen Melanie statt und das ist eine Unlicht-Trainerin, die ich mit Kampf-Attacken sehr effektiv angreifen kann. Das Dumme ist nur, sie hat nicht nur Unlicht-Pokémon, sie hat aus irgendeinem Grund hier auch einen Giflor und einen Gengar. Das macht eigentlich nicht so viel Sinn und ich muss jetzt irgendwie damit klarkommen, aber hey, was will man machen? Ich kann hier immerhin Onyx opfern bei dem Giflor und dann Nocturne einwechseln, um Ice Punch beispielsweise zu spammen und da kann ich auf einen Freeze hoffen. Das Bittere ist aber, die Elementarschläge sind in der zweiten Generation alle speziell gewesen und Nocturne hat praktisch gar keinen Spezialangriff das Pokemon ist praktisch kompletter Müll obwohl es die Omni Coverage hat. Bisschen bitter aber trotzdem kann man theoretisch Giflor besiegen über Ice Punches weil ein bisschen Schaden wird man ja durchaus verursachen und wenn sie dann irgendwann Gengar einwechseln sollte dann kann ich das besiegen über Schaufler von Capoeira das ist ein guter Boden Angriff und ja man kann dieses Gengar sogar praktisch nur Schlecker einsetzen Wenn man aber dann mal Giflor und Gengar besiegt hat dann folgen dann noch Kramurks und auch Hundemon und die Beide bekommt man dann klein Machomai beispielsweise hatte ich ja bisher extrem beschont Wir müssen uns jetzt aber mal genau anschauen was wir am Ende des Tages bekommen werden für Siegfried Das Team von Melanie ist einfach lächerlich schlecht Vor allem die Movesets sind grausam und die bestes Pokémon ist noch Hundemon was aber mit Feuerangriffen beispielsweise gegen Siegfried praktisch gar nichts ausrichten wird Es wird auf gar keinen Fall ein angenehmes Champ Battle Aber das war mir schon klar bevor ich die Liga betreten hatte Das wird durchaus eine der schwersten Fights sein im gesamten Run Ich mein Siegfried hat Garados Erudactyl Glurak und insgesamt Pokémon in der Überzahl Und ihr habt ja eben gesehen wie schlecht das Team von Melanie ist Wie zur Hölle soll das funktionieren hab ich mich jetzt gefragt und ich habe praktisch alles versucht um mir irgendwie klar zu kommen Mein erster Gedanke bei dem Kampf hier war irgendwie mit Giflo zu lieden um das Garados von Siegfried rauszunehmen mit neutralen guten Pflanzenangriffen Das funktioniert aber nur so mäßig weil wenn Garados beispielsweise mit Hyperstrahl spammt dann hat Giflo einfach nicht den Hauch einer Chance Ich konnte aber Garados zumindest finishen über Knirscher von Hundemon mein bester Angriff den ich beim gesamten Fight hier zur Verfügung habe Aber dann ging es leider weiter mit Erodactyl und das greift Hundemon sehr effektiv an Ich war also gezwungen hier nach Tara ein zu wechseln um irgendwie gegen Erodactyl gegen zu stallen was auch halbwegs gut funktioniert es ist aber halt keine konstante lösung und ab da fängt der Kampf so ein bisschen an zu bröckeln also dann kann ich gar nicht mehr so viel machen Ich kann Erodactyl vielleicht noch besiegen aber es kommen dann zwei Dragorans relativ schnell nacheinander rein die Donnerwelle spammen Wenn Hundemon irgendwann paralysiert wird ist der Kampf hier sofort gelaufen dann habe ich keine Innit mehr und nicht mal mehr mein Knirschall ist verlässlich und ja ich kann vielleicht noch einen Dragoran besiegen über Abgangsbund von Gengar das ist relativ nett aber es löste nicht alle Probleme und es kommen ja auch noch Glurak und ein drittes Dragoran was unter anderem Wutanfall spammen kann es ist komplett absurd ist dass es fast schon feierbar ist und ich habe quasi Hundemon zum König meines Teams ernannt ich habe zunächst mal mit Hundemon Garados geoutet was manchmal funktionieren kann er kann er beispielsweise weggequittet werden durch Knirscher oder einfach Splat Death Drops bekommen und das kann ich für mich nutzen und Garados kann auch stellenweise seine Attacken missen und wenn es weitergeht zu schwächen über Nachtara und vielleicht sogar seine Genauigkeit senken wenn ich das möchte über Sandwirbel und dann kann ich Aerodactyl irgendwann rausnehmen ebenfalls mal wieder über Hundemon und wenn dann das erste Dragoran eingewechselt wird gehe ich in Giflor und ich paralysiere dieses verdammte Dragoran und werde es ein bisschen vorschwächen über Giflor es ist ein mega ekelhaftes Matchup und das ganze hier wird und dann kann ich dieses Dragoran wieder finishen erneut über Hundemon und wenn dann Siegfried sein zweites Dragoran einwechselt habe ich dafür Gengar mit Abgangspunt es ist also manchmal möglich die beiden Donnerbälle Dragorans zu outen ohne eine Paralyse auf Hundemon zu bekommen und auch ohne Hundemon zu belasten das ist schon mal ein sehr guter Start in diesen Fight würde ich sagen und wenn es dann weiter geht mit Glurak habe ich logischerweise keine Feuerschwäche ich würde die Attacke resistieren und ich kann somit Glurak einfach two shotten ohne allzu viel davon zu befürchten ich werde aber vorgeschwächt und wenn es dann zum letzten Dragoran geht kann ich das mit Knirscher noch ein zweimal angreifen vielleicht seines Badstaff senken und es hoffentlich mit Gramurks finishen Das sehr vielen Versuchen und viel Geduld aber es ist zumindest machbar Wir können also festhalten die Team Cloud Challenge im Pokemon Crystal ist durchaus gewinnbar bzw. man kann die Joto Liga durchspielen das war es aber natürlich noch nicht so ganz Es gibt noch ganz Kanto und Kanto ist heute wesentlich aufregender als es normalerweise bei Challenge Runs der Fall ist Ich meine die Kanto Arena Leiter sind ja komplett unterlevelt und es sind normalerweise keine echten Gegner bis auf Blaue Eich und dann kommt ja später noch Trainer Rot Bei dieser Challenge hier allerdings muss ich jedes Mal mein Team aufgeben und ich kann jetzt nicht einfach so mit Siegfrieds Drachen gefühlt ganz Kanto abfackeln so einfach ist es nicht und dementsprechend war Kanto dieses Mal ein erstaunlich großes Rätsel und ich musste jetzt schauen wie ich die Arena Leiter nach und nach abfrühstücken kann und hier kommt mal wieder das Ausspielen der verschiedenen Boss Kämpfe zu Trage es ist nämlich möglich praktisch alle Kämpfe in der Kanto Region einfach so fort zu ziehen das Ganze ist mehr oder weniger eine kleine Open World wo man sich frei bewegen kann und man kann die Trainer die irgendwelche Arena blockieren allesammen machen bevor man sich einen Kanto Orden geholt hat und dementsprechend kann man hier schon mal sehr viel Vorarbeit leisten ihr seht hier unglaublich viele Pflichttrainer die ich gemacht habe um den Weg zu allen Arena Leitern gleichzeitig zu enablen damit ich halt dann von Arena Leiter zu Arena Leiter laufen kann das war zumindest der Plan und ich habe mich entschieden zu allerletzt den letzten Pflichttrainer zu machen bei der Nugget Brücke also oberhalb von Azuria City weil der hat einen Porygon und das werde ich jetzt tatsächlich brauchen es gibt nämlich jetzt einen kleinen Trick um in die Arena Leiter einzusteigen und den ersten von denen zu besiegen rechts von Fuchsania City gibt es nämlich einen Trainer mit einem Simsala und das ist absolut Gold wert man kann diesen Trainer besiegen mit dem Porygon beispielsweise deswegen habe ich das hervorgehoben und dieser Simsala Trainer ist mächtig genug um Janina aufzuhalten und wer mir nicht glaubt soll sich jetzt diesen Kampf hier anschauen Janina ist tatsächlich keine mega gut gelevelte Trainerin ihr wisst ja die Kanto Arenaleiter sind stellenweise absurd unterlevelt aber Janina zieht dem ganzen die Krone auf es ist absurd sie hat sehr viele Pokémon aber die können praktisch nichts im Alleingang wenn ich also mit Simsela hingehen sollte ist der Kampf plötzlich gewinnbar und ich kann einfach mal so den ersten Kanto Orden holen und das ist ziemlich entscheidend gewesen weil so bin ich eingestiegen in die Arenaleiter und ich konnte ja jetzt nacheinander einen Orden nach dem anderen holen theoretisch wenn meine Taktik aufgehen sollte und ich testieren und mit dem Team von Erika bin ich dann zu Rocco gegangen weil die hat nur Pokémon mit Nummer 4 Schwäche gegen Pflanze also Erika kann Rocco komplett zerstören ohne irgendeine Schwierigkeit und nach Rocco kann man dann zu Pyro gehen der eine fette Bodenschwäche besitzt ich meine Rocco hat beispielsweise ein recht starkes Georock mit Erdbeben da hat Pyro ehrlich gesagt gar keine Chance Wo es aber dann ein bisschen kniffliger wird ist bei Sabrina weil das ist eine Psychotrainerin ohne viele Schwächen Man kann aber relativ gut mit dem Team von Pyro gegen die gewinnen hauptsächlich über Galoppa Und mit dem Team von Sabrina hält man Major Bob auf um zu aller Letzt die gute Misty zu besiegen Und ja das Team von Major Bob ist jetzt auch nicht wirklich gefährlich Ich würde sagen das ist auch einer der schwächsten Kanto Arena Leiter Inhalt einfach der zweiten Generation Und dass Misty natürlich keine allzu große Chance hat gegen ein Elektro Team ist vermutlich eben klar Sie hat zwar ein Moorlord also ein Wasserboden Pokémon aber das kann nicht unter anderem sprengen über die Elektro Biles von Major Bob also das ist auch kein Thema Und ich habe nicht umsonst Misty auserkoren als letzten Arena Leiter den ich in Kanto mache Aber Mistys Team kann man jetzt relativ gut gegen Blaue Eich antreten und ich hatte da einiges vor Denn ich musste natürlich gut im Voraus überlegen wie ich Blaue Eich angehe Er ist ja durchaus einer der stärksten Trainer im gesamten Spiel Und er ist sogar vielleicht noch mächtiger als Besiegen kann Deswegen hat Surfer und Eisbien sowie Konfustrahl und Genesung verdammt gutes Moveset Damit kann man Tauboss sehr effektiv zerstören Kokowai genauso weil das Pokémon will Solarstrahl aufladen und da definitiv nicht zu kommen und da kommt Simsala rein Simsalas Psycho Attacken kann man Stammy einfach so resisten und sich regelmäßig gegenheilen über Genesung während man Simsala einfach verwirren kann über Konfustrahl und dann kann man das zuspammen mit Surfer und Eisbien bis Simsala irgendwann besiegt ist Man muss aufpassen das Ding hat auch Aussetzer und das könnte Genesung treffen da muss man sehr vorsichtig sein aber ansonsten hat man hier relativ wenig zu befürchten außer man würde komplett in Grund und Boden gecrittet werden oder man bekommt beispielsweise Badstaff Drops das wäre ziemlich bitter Man muss aber auch ein bisschen darauf achten hier nicht pipist zu werden weil das Simsala kann ebenso Recover Spammen um sich ständig gegen zu heilen dadurch dass man Konfustrahl hat und die KI auch nicht perfekt spielt es ist relativ unwahrscheinlich mega lange bei Simsala zu sitzen also irgendwann sollte das mal besiegt sein Und dann gehts weiter mit Garados Und wenn man dieses Garados hier noch besiegen sollte erfolgreich mit Stammy hat man gewonnen weil die restlichen Pokémon haben eine Wasserschwäche Und ja Stammy kann tatsächlich Garados komplett ausdäumen Das Garados hat zwar Hyperbeam aber die Attacke haut mich stets nur in den roten Bereich und ist komplett egal Über Recover kann ich mich einfach komplett gegenheilen bis Garados wieder angreifen darf um dann den nächsten Hyperbeam zu tanken und wenn diese 5 Hyperstreele mal leer sein sollten und die können ja auch stellenweise missen dann hat dieses Garados nur noch Hydro Pumpe und vielleicht Twister um mich anzugreifen was gegen ein Wasser Team ziemlich hart nutzlos ist Gerade die Hydropumpen kann man hier sehr leicht ausdäumen und dann einfach Garados langsam aber sicher besiegen Klar Stammy kann ja auch nicht so viel Damage drücken jede Runde und Blaueich kann jedoch das Garados gegenheilen aber es ist halt an irgendeinem Punkt einfach gebrochen und wie gesagt wenn man dieses Garados besiegt haben sollte ist der Kampf praktisch entschieden es kommt dann noch Rizeros mit einer Malfiir Schwäche das kann ja gar nichts gegen mich ausrichten und es kommt noch Arcani mit Extreme Speed das Tool shotte ich mit den Weißen Wasser Attacken hier und ich konnte es sogar schaffen mit dem Stamir alleine das gesamte Team von Blaueich zu besiegen was schon ziemlich heftig ist weil es hätte nicht so viele Alternativen gegeben denn die meisten anderen Kanto Arena Leiter hätten hier jetzt nicht so gut ausgesehen man hätte theoretisch noch den Rivalen holen können aus dem Mondberg das wäre noch halbwegs solide gewesen hätte man ganz okay es Team gehabt mit dem man es probieren könnte aber ich bin ganz froh dass es Misty einfach so geschafft hat doch wie zur Hölle gewinnt man jetzt gegen Trainer Rot ich meine der ist komplett überlevelt sein Pikachu ist auf Level 81 er hat ein volles Team und seine anderen Pokémon sind im tiefen 70er Bereich und er hat stellenweise so Tanks dabei wie Relaxo die ich nicht mal sehr effektiv angreifen kann wie soll das funktionieren frage ich euch naja mit folgender Strategie man kann Pikachu sofort sehr effektiv angreifen über Rizzeros dagegen kann Pikachu gar nichts tun und selbst Scham was meinen physischen Angriff senken würde ist Rizzeros hier vollkommen egal Pikachu ist viel zu fragil und ihr seht schon dass Psyana blockieren über Aussetzer sehr lustige Attacke und dann kann man Psyana ebenfalls besiegen über Rizzeros über physische Erdbeben die sehr viel Schaden machen und wenn Trainer Rot dann dreist dann Visaflor ein wechselt um Rizzeros zu outen kann man einfach so zu Simseller wechseln den Solarstrahl predikten Visaflor outspeeden für einen Psychic der geschenkt ist und den Simseller opfern Turtok weil dagegen hat man einfach kein Out man kann aber folgendes tun man kann es verbrennen über Arcani und wenn das nicht klappen sollte kann man Kokowai ein wechseln um Egelsamm zu drücken man braucht einfach kontinuierlichen Schaden das ist extrem entscheidend wenn man aber auf Kokowai angewiesen sein sollte muss man hoffen dass er Blizzard misst bevor Kokowai stirbt das ist ist es bei weitem nicht konstant es kann aber manchmal klappen und wenn das passieren sollte und man mit Hyperbeam oder so dann Turtok irgendwann finisht dann sieht es relativ gut aus weil dann kann man sobald Relaxo reinkommt einfach so Garados opfern und wieder in Kokowai reingehen und erneut Egelsamm drücken und was man dann nicht tun darf ist tatsächlich auf Sonnentag zu gehen also sollte man sich hier beispielsweise mit Eggbaum zufrieden geben und noch ein bisschen Schaden machen gegen Relaxo und dann Kokowai einfach wegschmeißen um Relaxo dann final zu finishen über Erdbebens Spam mit Rizoros das funktioniert tatsächlich vor allem auch wegen dem Egelsamm und ja Relaxo hat halt nicht so viel gegen Rizoros weil es ein Gesteins Pokémon ist und wenn dann später das Glurak eingewechselt wird hat man zwar nur noch Rizoros aber wenn das seinen Steinhagel treffen sollte und es nicht geburnt wird vom Glurak oder weggecrit wird dann kann man das über levelte Glurak One-shotten mit einer Gesteins Attacke und den Kampf hier knapp für sich entscheiden ich muss schon wirklich sagen Leute diese Challenge hier die war was ganz besonderes gerade dieser letzte Fight Tier der hatte einfach was das war mega knapp und sehr taktisch es hat aber funktioniert und die Frage ist jetzt würde sowas hier auch in anderen Generationen funktionieren ich meine die sind noch mal wesentlich schwieriger Generation 2 ist kein allzu schwieriges Spiel aber wenn man sowas machen sollte beispielsweise in Pokémon Platin könnte das sehr brutal enden ich meine hier gibt Trainer wie Synthia aber ich würde sagen das werden wir ein anderes Mal raus finden ich will aber jetzt noch eine Sache anmerken man hätte theoretisch im Postgame von Pokémon Kristall hier nochmal die Liga machen können um irgendwelche weiteren Fights für dem Team von Siegfried zu cheesen und ja das wäre theoretisch möglich gewesen um in Kanto einige Kämpfe zu gewinnen es wäre aber unfassbar lame oder deswegen wollte ich ein kleines Special geben also seid schon mal sehr gespannt was ich da so geplant habe und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon Spender ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben wie wir gewohnt sind deswegen riesiges Dankeschön an euch und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard Links ist